Ja, ich brauche glaube ich gar nicht groß zu erzählen. Euch, wie man Nussmus löffelt, glaube ich, kann jeder. Da braucht ihr keine Anleitung von mir dafür. In diesem Video zeige ich dir, wie du dein eigenes Nussmus selber machen kannst. Diese Sachen kosten nämlich immer im Supermarkt sehr, sehr viel. Ich muss jetzt zugeben, es wird auch, wenn du es selber machst, nicht das allerbilligste Healthfood sein. Aber es kostet auf jeden Fall weniger als im Supermarkt oder in deinem Bioladen. Und du weißt, was drinnen ist. Wir strecken es nicht mit ungesunden Fetten, Zusatzstoffen, machen es nicht länger haltbar. Und es wird super lecker schmecken. Das ist ein Grundrezept, was funktioniert für jede Nussart. Ob Mandeln, Haselnuss, Erdnuss, die bekannte Peanut Butter. Ihr könnt es mit allen möglichen Nusssachen kombinieren, ausprobieren. Was ich auch noch wichtig finde zu wissen, da bin nämlich ich am Anfang, bin ich da blöderweise reingetappt, weil es mir niemand gesagt hat. Das Einzige, was ihr braucht für dieses Nussmus, ihr braucht einen leistungsstarken Mixer oder einen Food Processor. Mit dem Food Processor dauert es, dieser ganze Prozess, ein bisschen länger. Mit einem sehr, sehr leistungsstarken Mixer. Der sollte 1200 Watt haben oder 2 PS. Funktioniert das super? Er sollte nicht weniger Watt oder weniger PS haben, sonst funktioniert das nicht mit dem Nussmus. Und bei einem Food Processor dauert der Prozess einfach ein bisschen länger. So glaube ich 10 Minuten oder so, bis sich das Nussmus gebildet hat. Ich hatte früher einen nicht so leistungsstarken Food Processor. Da hat der ganze Spaß dann einmal auch 45 Minuten gedauert. Da dachte ich echt, irgendwas habe ich falsch gemacht. Also guckt, dass ihr einen leistungsstarken Food Processor habt. Welche Stärke der haben muss, kann ich euch jetzt gerade nicht sagen. Meiner war auf jeden Fall zu schwach. Aber der war auch nicht so teuer oder so. Das heißt, jeder teure Food Processor müsste es hinkriegen. Oder eben einen teuren, gescheiten Mixer. 1200 Watt oder 2 PS. Dann funktioniert auch euer Nussmus, damit ihr da nicht in irgendein Dilemma stößt. Noch ein Tipp von mir vorab, um natürlich eure Nüsse oder euer Nussmus besser verdaulich und leichter bekämpflich zu machen. Wie ich es schon so oft erwähnt habe bei meinen selbstgemachten Brotvideos. Ich würde euch wärmstens empfehlen, die Nüsse über Nacht einzuweichen. Denn Anti-Nährstoffe, leichter verdaulich, bla bla bla. Guckt euch einfach meine Brotvideos dazu an. Da erzähle ich das schon wirklich in großem Detail. Es tut euch einfach gut, wenn ihr einem Vorprozess diese Nüsse unterzieht. Müsst ihr nicht machen. Ist aber eine Empfehlung von mir. Falls ihr zu den Leuten gehört, die irgendwie nach Nüssen echt ein schweres Gefühl im Magen habt. Oder generell schon Probleme habt mit dem Darm. Oder schon diagnostiziert wurde mit Leaky Gart oder ähnlichem. Kann ich euch nur empfehlen, die Nüsse über Nacht einzuweichen. Und danach vielleicht im Ofen bei einer sehr geringen Hitze, vielleicht so 60 Grad, nicht mehr Ober- und Unterhitze zu trocknen. Oder am besten, wenn ihr so einen Food Dehydrator habt. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. So ein Dörrgerät. Dörrgerät. Wenn ihr ein Dörrgerät daheim habt, da einfach die Nüsse nochmal trocknen. Bevor ihr sie in den Mixer tut. Ist ein extra Schritt. Müsst halt wieder einen Tag davor die Nüsse einweichen. Aber macht es nochmal viel verdaulicher. Muss es nicht unbedingt sein. Wäre aber eine Empfehlung von mir. Genau. Jetzt fangen wir an mit dem Grundrezept. Sein Nussmus selber zu machen ist wirklich denkbar einfach. Alles was ihr dafür braucht ist, eine Packung müsse eurer Wahl. Ich habe jetzt einfach Haselnüsse hier genommen. Deshalb wird es ein Haselnussmus. Und ich benutze gleich mal die ganze Packung. Und die kommt jetzt einfach hier aufs Backblech. Das Ganze auf dem Backblech einfach schön verteilen, dass jede Haselnuss genug Platz hat. Und danach kommt das alles in den Ofen bei Unteroberhitze für 80 Grad. Für so circa 30 Minuten. Ihr könnt auch 90 Grad machen. Einfach schauen, dass die Fette nicht anfangen zu oxidieren. Also dass es quasi nicht anfängt zu dampfen. Also so zwischen 80, 90 Grad unter Oberhitze in eurem Ofen. Und das ist eigentlich so der einzigste Haupthack, den ihr eben braucht. Denn da müsst ihr kein extra Öl verwenden. Und könnt einfach nur die Nuss pur in euren Nussmus tun. Und dann wird es auch eben schön, ja, Nussmusig, wenn ihr das alles mixt. Ansonsten müsst ihr halt, wenn ihr diesen Schritt überspringen würdet, Öl verwenden. Aber das machen wir ja nicht. Darum, jetzt halt erstmal die ganzen Haselnüsse etwas vorresten. Und dann gehen nämlich die ganzen Fette in der Nuss beim Mixen viel besser raus. Und dann haben wir eben diese schöne Nussmusige Konsistenz. Also ab in den Ofen. Ich persönlich tue gerne noch die Schalen wegrubbeln von den Nüssen. Dann schmeckt es, finde ich, persönlich noch besser. Müsst ihr nicht machen. Aber ich habe die Schalen ganz gerne immer noch ein bisschen abgerubbelt davor. Jetzt nochmal ganz wichtig zum Sagen. Ich habe auch keinen super leistungsstarken Mixer. Darum habe ich, oder Food Processor. Darum habe ich die jetzt eben 30 Minuten im Ofen gehabt. Falls ihr einen sehr schwachen Mixer oder Food Processor habt, dann lässt ihr einfach die für eine Stunde oder so im Ofen bei 100 Grad. Also wie gesagt, bis 100 Grad oxidieren sie nicht. Denn dann müsst ihr nicht euren armen Mixer stundenlang am Strom angeschaltet laufen lassen. Also je schwächer euer Mixer, desto länger lässt ihr sie einfach im Ofen. Und je leistungsstärker, desto kürzer. Also falls ihr jetzt einen super krassen Profi-Mixer habt, dann reichen wahrscheinlich auch schon 10 Minuten im Ofen. Bei einem ganz normal leistungsstarken 30 Minuten wie bei mir. Und falls euer noch schwächer ist, je länger, desto besser. Denn dann setzen sich beim Schneiden eben die Fette der Nuss viel besser und schneller frei. Ach ja, und noch was. Je länger es natürlich im Ofen ist, desto leichter geht auch die Schale ab. Also falls ihr auch gerne ohne Schale eure Nüsse esst, dann wäre es sinnvoller, das einfach generell noch vielleicht ein bisschen länger als 30 Minuten sogar im Ofen zu lassen. Genau, das noch so als Nebeninfo. So, und jetzt lassen wir das Ganze einfach. Bei mir dauert es so, wie gesagt, 5 bis 10 Minuten maximal. Meistens so 7. Im Food Processor einfach laufen, bis es sich zu Mousse entwickelt hat. Am Anfang wird es eben Mehl. Und je länger man das eben mixen lässt, desto mehr kommen die Öle raus. Und irgendwann haben wir dann ein leckeres Mousse. Also, auf geht's! Immer wieder mal könnt ihr einfach natürlich von den Seiten das Ganze nochmal in die Mitte tun, damit ihr auch wieder seht, wie weit die Konsistenz schon fortgeschritten ist. Und natürlich, dass sich alles gleichmäßig vermischt. Aber ja, auch das ist optional. Und in den besten Traditionen von YouTube gibt es zum Schluss jetzt noch ein bisschen Foodporn für euch. Ich muss wirklich sagen, also das ist nicht gelogen. Haselnuss Mousse ist mein absolutes Lieblings Nuss Mousse. Ich finde, es schmeckt noch viel, viel besser als Mandeln. Es riecht herrlich. Ich könnte mich da jetzt schon reinlegen. Also, Leute, ich weiß, Mandeln Mousse ist immer so das Beliebteste. Aber probiert es echt mal mit dem Haselnuss Mousse. Ich finde, es ist noch viel, viel geiler. Und das Ganze könnt ihr einfach in den Kühlschrank stellen. Und dann hält es euch locker ein paar Wochen im Kühlschrank. Aber so lange hält es bei uns daheim nie durch. Aber ja, ihr könnt es mal probieren. Ich glaube, es hält auf jeden Fall einen Monat mindestens. Ich hoffe, dieses Rezept hat euch gefallen. Wie gesagt, für was kann man Nuss Mousse alles verwenden? Du kannst es zu jeglichen Dip-Sachen benutzen. Du kannst es dir als kleiner Snack dann mal auf die Banane schmieren. Wirklich ein bisschen Kakaopulver reingeben. Dann schmeckt es schon wie Nutella fast. Aber wie man Nutella selber macht, dazu habe ich auch schon ein Video hochgeladen auf diesem Kanal. Werde ich euch hier oben verlinken. Schmeckt super lecker. Übrigens kann ich nur empfehlen, diesen Nutella mal nachzumachen. Aber von Nuss Mousse zu Nutella ist es nur noch ein kleiner Schritt. Aber ja, ich brauche glaube ich gar nicht groß zu erzählen. Wie man Nuss Mousse löffelt, glaube ich, kann jeder. Da braucht ihr keine Anleitung von mir dafür. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Viel Spaß beim Erdnuss Mousse oder Mandel Mousse löffeln. Und dann sehen wir uns nächste Woche Dienstag in alter Frische. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.